Musik 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 Du! Habe ich nicht gesagt, du wärst eine Last. Ich habe mich noch nie so getauscht. In meinem ganzen Leben. Ist das, das was ich denke? Ehre. Das schlimmste liegt hinter uns, würde ich sagen. Musik 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 Darf ich mich dazugesellen? Diese Begegnung ist kein Zufall, oder? Gandalf? Nein, ist sie nicht. Der einsame Berg bereitet mir Sorgen, Thorin. Dieser Drache ist dort schon lang genug. Früher oder später werden sich dunklere Absichten in Erygore richten. Holt euch eure Heimat zurück. Vereint die Heere der Zwerge. Herr Attenstein. Dieser Edelstein wurde gestohlen. Was will ich euch helfe, ihn zurückzubekommen? Der Attenstein ist weit weg von hier. Begraben unter einem feuerschweinenden Drachen. Und darum brauchen wir einen Meisterdieb. Inna ist die Meute. Zuna! So. Wir sind, by the way, Beutelien der Meisterdieb. Was ist das? Ich schaue es mir einfach mal an. Du kannst nur mit Liefel der Adler schnell zu Gebieten zurückkehren, die du bereits besucht hast. Ja, okay. Juck nicht. Ich schaue es mir einfach mal an. Hab die Barge uns gewittert? Noch nicht. Wir haben noch ein Problem. Es gibt ein Haus. Es ist nicht weit von hier und dort könnten wir Zuflucht suchen. Wessen Haus? Freund oder Feind? Weder noch. Er wird uns helfen oder uns umbringen. Haben wir eine Wahl? Nein. Der Bär sieht eigentlich ganz niedlich aus, muss ich sagen. Wenn ich ganz ehrlich bin, also... Weiß nicht. Irgendwie seine Schnauze macht ihn mir ganz sympathisch. Okay, er kommt mir näher. Ja. Alles noch entspannt. Tja, alles halb so wild hier. Yo, wo kommst du her, Junge? Der kann sich teleporten. Jo, wie geil. Alle Mario sind bei Olympischen Winterspielen. Snowboard fahren. Habt ihr mich halt übelst daran erinnert. Ich weiß nicht, warum. Hey, nee, Biene. Sag mal, das machen wir nicht, ja? Kann ich jetzt kaputt schlagen? Ich gehe mal von... Nein, okay. Das hatte ich auch erwartet. So, jetzt ist die Frage, wie ich das Zeug wieder zurückbekomme. Da es so viel Essen gibt, gehe ich davon aus, dass ich diesen Bombo wieder fettfüttern muss und mit ihm da irgendwo hochspringe. Ja, das sieht sehr stark danach aus. Ah, da haben wir sie. Die kleine, hinterlistige Drecksbiene da. So. Haben wir... viel? Nee, haben wir nicht. Ah, hier muss ich jetzt was holen, okay. Da ist sie. Jawohl. Man kennt ihn. Alter. Ich gehe auch mit Drohergewalt da an die Sache ran, ne? Zack, Junge. Äh, Gandalf. Alter, die arme Biene, ne? Tut mir schon langsam echt leid. Aber sie will es nicht anders. Okay, da oben. Ähm. Ah, nee. So. Ach so. Ups. Hier, moin. Direkt viel besser. Okay, und jetzt? Ah, bauen. Ja. Da haben wir die Picknickdecke wieder von dem kleinen Bombo. Ruhr. Ich hab' nur drauf gewartet. So, Gandalf. Und fütter den kleinen Kerle mal. Rein da mit dem Zeug. Ah, jo. Okay. Und jetzt? Ne Leiter, ja. Na komm. Ne Sprungleiter. Und da haben wir ihn. Sehr schön. Ne selbstöffnete Tür, okay. Los, rein mit euch. Was ist das? Das ist unser Gast. Sein Name ist Beorn. Und er ist ein Hautwechsler. Er verschwindet. Legt euch alle schlafen. Ihr seid ja heute Nacht, sicher. Und er ist ja heute Nacht, sicher. Dann bedanke ich mich für's Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns bei dem nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein. Und dann sehen wir uns bei 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 uns Vielen Dank.